Herzlich willkommen zum neuen Video Brot und Wein. Mein Name ist Konrad Gille von Face2Face. Schön, dass ihr zuschaut. Und das wird heute mal ein richtig kurzes Video. Glaubt ihr mir das? Also ich versuche es. Pass auf. Ich will ein Gedankengebäude, eine Gedankenfestung, eine grundlegende Art, wie man denkt und deswegen auch glaubt, einreißen heute. Und das ist dieser Gedanke, diese Lüge. Wenn ich keine Fehler mache, bin ich erfolgreich. Ha, ha, ha. Okay, ganz fett drüber lachen. Weil denk mal drüber nach, was passiert, wenn du so denkst. Du wirst nie wieder Risiko eingehen. Du wirst es immer sicher spielen. Du wirst immer aufpassen, dass du es unter Kontrolle hast. Und letztendlich nichts Signifikantes, nichts wirklich Wichtiges, nichts Großes bewegen. Weil alles Große, was wir bewegen, fordert Risiko. Alle Leute, die was Großes bewegt haben, haben davor zigmal versagt. Und haben es immer wieder versucht und immer wieder versucht und sich nicht aufhalten lassen. Und haben einfach jedes Mal, wenn was nicht geklappt hat, gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Ich bin schlauer als vorher und gehe weiter. Steve Becklin hat mal eine Geschichte erzählt oder dieses Beispiel genommen von einem Fußballteam. Wir sagen mal, wir spielen zweite Liga und gewinnen jedes Spiel mit unserer Mannschaft. Jedes Spiel. Und dann steigen wir natürlich auf in die erste Liga, wenn man jedes Spiel gewinnt. Und auf einmal gewinnt man nicht mehr jedes Spiel. Und das Ding ist, obwohl man mehr verliert als vorher, ist man trotzdem erfolgreicher als vorher. Und die Fehler definieren nicht unbedingt oder die Dinge, die nicht klappen oder das scheinbare Versagen definiert nicht unseren Erfolg. Und unser Erfolg ist im Glauben. Deswegen sagt Jesus, fürchte dich nicht. Ja, glaube nur. Die beiden Dinge stehen sich gegenüber. Man kann nicht Jesus glauben und gleichzeitig in Furcht, lass mich anders ausdrücken, man kann sich fürchten und Jesus glauben und nicht der Furcht gehorchen, sondern überwinden. Das geht. Aber du kannst nicht der Angst glauben, weil es auch eine Form von Glauben ist. Nämlich glauben, dass was alles nicht klappen könnte. Glauben, dass alles schief gehen könnte. Glauben daran, wie nicht genug da sein wird. Wie die Finanzen nicht reichen. Glauben, wie keine Leute zur Verfügung stehen. Denn das alles auch Glauben, aber er ist Furcht fokussiert. Ein Angst, das ist ein Glauben, ein Negatives. Während fürchte dich nicht, glaube nur, glaube Jesus, der sagt, ich bin dein Versorger. Ja, ich kümmere mich um dich. Ich bin dein Papa. Selbst wenn du singst, hole ich dich raus. Ja, ich helfe dir. Ich freue mich über deine Glaubensschritte, selbst wenn sie mal nicht klappen. Ja, ich freue mich über deinen Versuch, mir zu vertrauen, mehr als über den Erfolg. Und hier müssen wir feststellen, dass dieser Perfektionsgedanke, alles richtig zu machen, der nämlich auch da drin steckt. Ja, das eine ist, wenn ich keine Fehler mache, bin ich erfolgreich. Das andere ist, ich muss alles immer perfekt richtig machen. Das ist auch eine Lüge. Das ist auch einfach nur eine Bindung, etwas, was uns gefangen hält. Weil Perfektion sagt, ich muss der Beste sein, während Exzellenz sagt, ich gebe mein Bestes. Exzellenz ist vom Reich Gottes, Exzellenz ist von Gott, Perfektion ist vom Teufel. Perfektion ist ein Joch, was uns zerbricht und kaputt macht. Und so will ich dich ermutigen, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit der Veränderung sind und dass Gott Dinge umstellt und dass Gott uns rausholt, teilweise aus Gutem heraus. Nicht aus Sünde und so weiter, da sollen wir immer raus. Okay, da hat er uns sogar rausgeholt und wir müssen es nur checken. Aber er holt uns aus Gutem raus für was Besseres. Nicht unbedingt raus aus, verstehe mich nicht falsch, aus Gemeinden und so weiter, das meine ich jetzt gar nicht. Sondern ich meine, dass Strukturen, Dinge, die gut waren, die aus dem Geist geboren wurden. Und auf einmal merkt man, ja, da ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit, weiterzugehen. Und ganz ehrlich, das Gute ist der Feind des Besseren, nicht andersrum. Weil im Guten, wenn wir nicht genau wissen, weil es nämlich ein Risiko braucht, weil es Bereitschaft braucht, in was hineinzugehen, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, wo wir vielleicht nur von schmecken, wo wir eine Vision haben, wo wir ein bisschen wissen, ja, das könnte sein, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Und dann sind wir in etwas, was ja ganz gut ist. Und dann fällt es uns so schwer loszulassen und das zu verlassen. Aber das ist so wichtig, weil das Manna von gestern passt heute nicht mehr. Okay, Gott geht weiter. Gott ist der Weg. Wir sind in ihm, in dem Weg. Und wenn wir fest sein an dem Alten, dann sind wir im Weg. Im Weg des Weges. Wenn er das jetzt mal so versteht, das kleine Wortspiel, okay. Aber in Christus geht es immer weiter. Es ist beweglich. Und Veränderung ist unser Freund. Und das Ding ist, dass Furcht uns hindert, da hineinzugehen. Furcht ist, was uns aufhält. Furcht zu versagen, Furcht, Fehler zu machen. Und ich will dich ermutigen und sagen, hey, mach ab, keine Furcht, Fehler zu machen. Paulus, lass es uns nicht zu sehr vergeistlichen. Manchmal warten wir und warten auf das Wort des Herrn, wo es lang geht. Er wusste, dass Paulus nicht mal so drauf war. In Apostelgeschichte, wo es ist 16, Paulus wusste, geht in alle Welt. Also ist er losgegangen. Und dann hat der Heilige Geist, heißt es in Apostelgeschichte 16, hat ihn verhindert. Der Heilige Geist hat gesagt, okay, du bist im Glauben hier losgegangen. Auf das Wort, auf das Prinzip geht in alle Welt. Auf das Wort, was Gott gesagt hat. Aber hier geht es jetzt nicht lang. Dann geht er nochmal in eine andere Richtung. Ging es auch nicht lang. Und dann kam die Offenbarung. Dann kam in der Nacht ein Gesicht erschienen, dem Paulus nach Mazedonien zu gehen. Da kam die Leitung des Geistes rein. Und dann ging er. Aber er war nicht ängstlich und hat da gewartet und so weiter. Aber es ist nur ein fahrendes Auto, kann man lenken. Es ist wichtig, dass wir diese Furcht ablegen. Dass wir irgendwas falsch machen. Und dann am besten Gott uns noch dafür bestraft. Aha, aha, so ein Blödsinn. Unser Vater ist ein guter Vater. Wenn meine Tochter, als sie laufen gelernt hat, dann ist sie natürlich ein paar Mal hingefallen. Aber das war ein Sieg für sie, weil sie war dabei laufen zu lernen und kein Versagen. Und wir denken so oft, wenn wir hinfallen, wir beten für den Kranken. Hat nicht funktioniert. Wir haben was gewagt. Hat nicht so ganz geklappt. Es war peinlich oder wie auch immer. Wir sind aus dem Boot getreten und wir sind gesunken. Wir haben was versucht und die Finanzen sind doch irgendwie nicht reingekommen. Und ich will nicht in negative Zeugnisse streuen. Keine Sorgen. Aber ich will nur sagen, hey, wenn du in eine neue Liga kommst, versagst du vielleicht öfter als vorher. Aber du bist trotzdem erfolgreicher. Und das ist das prophetische Wort, was ich glaube, was Gott vielen von uns geben will. Sagen wir, weil ich habe den Eindruck, mehrere Leute treten raus, wagen Dinge, kommen aus ihrer Komfortzone, kommen aus dem, was sie kennen, kommen auch aus guten Sachen raus, weil sie denken, da geht es weiter. Gott hat mehr. Es bewegt sich was. Und stolpern vielleicht ab und an in diesem Neuen. Oder Dienste, die Sachen anfangen. Wir bei Face to Face, wir sind experimentierfreudig. Wir fangen vielleicht was an, merken wir, nee, läuft nicht mehr, dann hören wir was wieder auf. Na und, ist doch nicht so schlimm. Dieses Perfektionismus-Ding, muss weg. Diese Furcht zu versagen, muss weg. Dieses Denken, was, wenn es schief läuft, muss weg. Wenn du ein Wort hast für jemanden, dann denk nicht, was, wenn es nicht stimmt. Denk, was, wenn es stimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Geht nicht beides. Du kannst nicht beides machen. Es steht gegenüber, gegensätzlich. Furcht und Glaube. Und ich will euch ermutigen und ich will einfach proklamieren über euch, prophezeien über euch, dass du nicht im Versagen bist, sondern du bist in einer neuen Liga. Und jetzt lernen wir und passen uns an. Und dann gehen wir weiter. Und im nächsten Jahr sind wir wieder weiter. Dann ist unsere Decke wieder unser Boden. Und so steigert sich das und steigert. Aber wir müssen flexibel sein, weil das Wichtige ist, der Wein und nicht der Schlauch. Der Weinschlauch passt sich an, muss dehnbar bleiben. Die Struktur dehnt sich. Die Struktur passt sich der Gegenwart Gottes an und nicht andersrum. Und das ist gut, oder? Das ist eine gute Botschaft. Fürchte dich nicht. Veränderung ist dein Freund. Es ist gut, was ist. Tritt hinaus. Und wenn du ein paar Mal fällst, steh wieder auf. Geh wieder weiter. Es ist eine neue Zeit. Es ist eine Zeit, wo wirklich was in Deutschland aufwacht, erwacht. Und wo die Gemeinde erwacht. Und wo es wirklich vorangeht. Und ich hoffe, das war jetzt immer noch kurz. Ich segne dich jetzt. Ich bete dafür. Ich bete, wenn du unter Menschenfurcht leidest. Wenn du immer wieder diese Gedanken hast. Ah, es wird nicht klappen. Oder Angst davor hast, dass es klappt, dass es nicht klappt. Und du deswegen nichts wagst, nichts versuchst. Oder dieses hypergeistliche, ich warte zehn Jahre, bis der Herr mir irgendein Wort gibt. Und so weiter. Es gibt genug Worte hier drinnen, Amen, auf die du gehen kannst. Und wenn sie falsch waren und du sensibel und offen bist für Gott, einfach weil du ihn liebst. Und das bist du ja, sonst würdest du ja nicht warten auf ihn. Ja, dann wirst du schon merken, dass es da nicht weiter geht. Und dann kommt irgendwann die Vision vom Himmel. Und dann weißt du genau, wo es lang geht. Aber dieses, dieses, ah, dafür bete ich jetzt. Okay, das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Jemand hat mir letztens gesagt, ich rede zu schnell. Ich gebe mein Bestes. Ich schaffe es einfach nicht. Hahaha, egal. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vater, ich breche jetzt dieses Joch der Perfektion über jeden, der mir hier zuhört und der es will. Öffne einfach mal deine Hände. Oder wenn du unter Perfektion, Menschenfurcht und immer wieder dieses negative Ding, ich kann nichts, was, wenn es nicht klappt und so weiter. Wenn du da unterleidest, öffne einfach mal deine Hände, wenn du es loswerden willst. Und in Jesu Namen, Heiliger Geist, danke dir, dass du jetzt dort reinkommst und ich breche dieses Joch der Perfektion und der Menschenfurcht jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt eine Freude schenkst und eine Freude auch an Veränderung und dass jetzt alle Furcht geht, alle Angst geht, eine Freude zu experimentieren, eine Freude, Dinge auszuprobieren, voranzugehen. Dieses, diese, auch Identität setze ich frei. Identität ist nicht in unseren Werken, deswegen können wir sie auch mal lassen. Wenn sie nicht mehr funktionieren, tun wir sie einfach weg. Ist nicht schlimm, ist nicht wer wir sind. Und in Jesu Namen setze ich das jetzt einfach frei. Und danke dir. Empfang das jetzt einfach und nimm das im Glauben. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Genießt die Herrlichkeit Gottes. Amen.